Ich mache jetzt einmal Einzelspieler, Weltstaat, einsamer Wolf, ein paar Rohstoffe, Primaten. Also die Dinger hat man hier vorgegeben. Die Gruppierungen haben eine geringere Anzahl an Mitgliedern und sind leicht zu bewältigen. Schwierigkeit ist gerade für ein gutes Spielerlebnis. Feindliche Gruppierungen und gefährliche Ereignisse treten in einem ausgewogenen Verhältnis auf. Keine Feindangriffe, 12 Tage. Also entweder die ersten 12 Tage sind ohne Feindangriff oder feindliche Gruppierungen haben eine höhere Anzahl an Mitgliedern und sind schwer zu bewältigen. Gefährliche Ereignisse treten häufiger auf. Arcoloni, ein äußerst unausgewogener und tödlicher Schwierigkeitsrat. Feindliche Gruppierungen haben eine sehr hohe Anzahl an Mitgliedern und gefährliche Ereignisse treten sehr häufig auf. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Okay. Holz, Stein, Mahlzeit, Dierfutter, Bogen. Die Sachen lassen wir jetzt mal. Alter, 23,3. Erscheinung. Da kann man nur die Farbe ändern. Anpassen. Okay. Man könnte das Figierchen noch anpassen. Ich fasse es nicht. Na dann. Tragegürtel und Übershirt. Aha. Ja. Ich. Ich lasse es mal so. Ich habe ja noch keine Ahnung, was die Einstellungen auslösen. Blöden. hatte steuer ich bin wer ist tut nicht okay wollen wir mal so glauben malzeit fleisch ihr futter fleisch holz stein bauen Kami Wann Wann holz holz stein holz Fensterrahmen stein Türrahmen stein Wann Türrahmen stein So, ich kann das nicht sehen. Da soll ich die Fellen. Willst du wohl Fellen? Ah, jetzt macht das. Er schläft. Junge, mit ein bisschen mehr Elan. So wird es aber dieses Jahr nicht mehr mit dem Holz. Oben, okay. Hm. Also Grafik wie Minecraft. Spielen aber wie hier so die Siedler oder sonst noch. Oder Arno. Wobei, ne Arno. Da habe ich ja nicht nur einen, da habe ich ja mehrere. Da spiele ich mich wohl immer gerne in den Schatten. Was ist das denn? Ah, Lagerzone. Okay. Wähle von Zone, um zu erweitern. Halte ich vom Fernen. Anbautzone. Handelszone. Aha. Boden, Holz. Boden, Stein. Aber ich bin gerade Holz am Abbau, ne. Wie blöde. Mach ich. Deinen Boden mach ich. Holz. 6x6. Ich beschleunige mal. Weil. Sonst ist der ja noch nächstes Frühjahr dran. Wenn du ein Haustier besitzt, kannst du das Bierfutter mit den Maschinen erstellen. Welches du unter der. Einfach. Ah. Okay. Ja, muss ich mal später. Später. Jetzt erst mal soll er. Was ist das denn? Eins, zwei. Vier Stück. Was ist das denn? Tausendfüßler. Ah. Vier. Vier. Kämpfer. Der hat einen Kämpfer. Okay. Kämpfer. Ja. Kann ich jetzt jagen, das will ich aber ein. Da kann ich nichts. Das. Blitzableiter. Da. Okay. Da hab ich nichts. Da hab ich. Da hab ich. Da hab ich. Verrottet den. Das auch. Schön. Die Sachen verrotten. Oder doch nicht erst mal. Hm. Oh. Da muss ich ja noch mal. dran bauen. Weil. So. Einmal das. Da. Wie kann ich das denn jetzt verrieren? Gut. Ja. α. Ja. Muht. nicht. Gummi matsch. youtubersəng mühり. Gilber nin attacksaxe. ministraining. detentionstri克. Fürs. corrupted. W ruins. W. waldrum. Sollte ich es dir auch hin ansehen? Ferster, Fenster, Fenster. Hallo, geht's dir gut? Würdest du mal weiter bauen? trifft der sack einfach kann ich den wecken erscheint jetzt wieder ja es arbeitet wieder und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vor allen Dingen, dass er hier immer wieder Pause macht Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Okay, bei mir gibt's nur Flachdach. Ich weiß nicht, wie ich das machen... Das war's für heute. Junge, du willst ein eigenes Zimmer haben? Dann arbeite doch auch mal. Das war's für heute. 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 2. 4. 4. 5. 4. Ahem. 5x5 wären ja 25 Quadratmeter, es wird ja reicht. 1x5 wäre hier in der einen Bogen. 3x1 wäre hier, wenn es vor allem wie ein Bogen ist. 1x5 wäre es ebenso, dass es 1x2 wäre. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's die andere Seite. Achso, muss ich auch noch die Fenster reinmachen. Hm? Was kann ich denn nicht? Ich weiß, da ist eine Lagerzone zu bringen. Schade. Hm? das nehme ich mal als handelszone immer sieben soll auf land ihr soll halt pflanzen pflanzen verwenden gewesen gegenstände priorität mit höhere priorität priorität dieselbe wird die nähere nächste aufgefährt Okay. Ja egal. Hm. Äh. Oh mein. Alles. Badezone. Klein Tierfutterfleil. Mhm. Mhm. Guck. 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 Ich habe einen ganzen anderen Kram auch mal dahin bringen. Das wäre sehr hilfreich. Guck. Wetter. Wetter. Was? Wetterinformationen. Überdacht. Vereinflusst. Defekte. Zufügen. Verstellen. Holzstock. Axt. Holzschild. Verpestern. Nee. Verbessere Waffen. Verbessere deine Waffe. Eine Waffe auf der höheren Qualitätsstufe zu verbessern, benötigst du zwei Waffen derselben Art. Mit einer um eine niedrigere Qualitätsstufe. Deine Waffe auf Arbeitstischen verbessern, welche auch für Herstellung von Waffen ausgelegt sind. Je moderner die Waffen, desto höher ist die maximale Qualitätsstufe. So. So. Da haben wir zwei her. Wieso? Ja. Darf ich erschlagen, erschießen oder sonst irgendwas mit ihm machen? Wenn er weiter die ganze Zeit nur futtert trinkt, ist das echt schlecht. soll das denn machen. Ah. Was soll das denn machen? folge besitzt dein haus gehört versuchen dein besitzer zu folgen es ist auch eingeführt hier keine technologie ausgewählt kann ich denn hier die technologie auswählen viel schlag chancen geschwindigkeit kann im moment sorgern ok hier kolonisten ich kann kolonisten essen das kann ich an dem feuer mahlzeit gemüse menschenbleib dafür muss ich erstmal jagen auswählen so kartoffel karotte hand medizinische reizenöl ich würde sagen kartoffeln wir wollen kartoffeln hoffentlich klappt das der liegt da unten schon wieder Das war's für heute. Wie starte ich den denn jetzt mit einer Hälften raus? Das ist eine verlorene Waffe. Sie sind mit der Drogen zu verletzten. Anfänger wird oben in die Hälften rausger惯. Ah, Rüstebogenhaus. Da fehlt noch Holz. Wieso kann ich dem nicht sagen, dass er das einsammeln soll? Wäre doch einiges einfacher, wenn er das einfach einsammelt. Wieso kann ich nicht sagen, dass er das einfach einsammeln soll? Wieso kann ich nicht sagen, dass er das einfach einsammeln soll? Okay. 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 Nein, wenn er sein Bett oben machen würde, müsste er das nicht, aber er macht ja nicht. Ich arbeite ja auch nicht vernünftig. Ah, und ich brauche Stoff. Oh, was sehe ich denn da? Inkorb. Holzdiene. Wie kriege ich den Honig ohne die Purinen? Winnen. Sauert. Ach. Ja. Hier drunter. Gold? Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm Wie erwürgt die Anzahl? Wie erwürgt die Anzahl? Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Das ist für heute. Das war's 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 für heute. Okay. Okay. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Ich rede mit. Das war's für heute. Das war's für heute. Hey Junge, du solltest das Gemüse ja auch nicht essen. Du solltest das eigentlich ins Lager packen. Daher packen. Daher packen. Daher packen. Das war's für heute. Das war's für heute. Daher packen. Und hier zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020 Dann habe ich alles nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Dann habe ich alles nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Dann habe ich alles nicht Mit dem Stoff, der hier liegt Kann ich dann schön das Bett machen Ja, drei Stück taurig, sechs Stück habe ich hier rumgelegt So, der hier am Steck Dann habe ich alles nicht So geht da. So geht da. Der soll die nicht boof pressen, das ist doch bescheuert. Hör auf die Rot zu fressen, du Idiot. So geht da. So geht da. Wenn er das kocht und dann gesundes Essen hat. Die dänische Kräuter. Ein paar Sachen zum Einstellen, dass er die Sachen nicht aufbrisst. Wäre noch schön. Äh. 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 Wird nicht gepennt. Äh. 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 so essen ist voll sobald er das alles abgeerntet hat soll er dann weil ich das dann auf ein teil weiten ein teil kartoffeln oder ich mache ein zweites feld ich war ein zweites so Das war's für heute. 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 Nö. Das war's für heute. 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 So, bleibt ihr jetzt tot, oder würd'n los? ich glaube der bleibt das war's wohl so hat er keine waffe mehr gab ich ja doch kuriosen komisch komisch anscheinend war es das dann auch ich bin nicht verletzt so wie es aussieht ähm Da er tot ist und ich keine anderen Kolonisten habe, kann ich das jetzt klicken, dann war das jetzt. Dann haben wir die Demo auch. Erledigt. Gucken, was machen wir jetzt? Ich mach mal eine kleine Pause und gucke mal, was wir dann noch spielen. Wir sehen uns gleich.